Hi Leute, vor kurzer Zeit haben wir hier die 1000 Abonnenten geknackt auf dem Kanal von BestInvest. Mein Name ist immer noch Stefan und ich möchte euch auch heute wieder herzlich begrüßen. Ich habe ja letztens schon ein kurzes Video zum Knacken der 1000 Abonnenten gemacht und da habe ich ja bereits angekündigt, dass es wieder ein Gewinnspiel geben wird. Und zwar könnt ihr gewinnen einen 25 Euro Gutschein und da könnt ihr auswählen, ob ihr einen Amazon Gutschein möchtet, einen App Store Gutschein oder einen Google Play Store Gutschein. Zusätzlich bekommt ihr eine Wunschanalyse, wenn ihr das wollt. Also ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, welches Unternehmen ihr gerne hättet, dass ich es analysiere. Hier würde ich dich aber bitten, dass hier keine Penny Stocks oder sowas auswirkt, sondern ich denke, ihr wisst, was für Unternehmen so auf dem Kanal vorgestellt werden und was zu dem Kanal passt. Da einfach ein seriöses Unternehmen raussuchen, ich mache dann gerne eine Analyse dazu. Bitte keine exotischen Penny Stocks oder irgendwelchen Shit. Ihr wisst Bescheid und ja, was müsst ihr tun, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmt? Ganz einfach, ihr solltet natürlich diesen Kanal hier unbedingt abonnieren, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Dem Video einen Daumen nach oben geben, was du ja übrigens bei jedem Video tun solltet, was ihr von mir schaut, wenn es euch gefällt. Und ihr müsst bis kommenden Sonntag, also bis zum 13.06. um 20 Uhr einen Kommentar schreiben. In diesem Kommentar könnt ihr auch direkt natürlich das Unternehmen schreiben, von dem ihr euch die Analyse wünscht. Das ist eigentlich schon alles, was ihr tun müsst. Aktuell steht der Kanal bei fast 1.100 Abonnenten. Dafür nochmal herzlichen Dank an alle, die mich schon abonniert haben und bis hierhin unterstützt haben. Ihr macht es natürlich erst möglich, dass es solche Gewinnspiele gibt, in denen ich etwas an euch zurückgeben möchte. Falls ihr noch Leute kennt, die sich auch für das Thema Finanzen interessieren, aber meinen Kanal noch nicht kennt, könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne weiterempfehlen, wenn euch die Inhalte hier gefallen. Sorgt dafür, dass wir gemeinsam wachsen und dass ich in Zukunft noch mehr an euch zurückgeben kann, egal ob in Form von Gewinnspielen oder in Form von meinem Content. Vielen Dank schon mal Leute, ich bedanke mich wirklich herzlich für eure Unterstützung. Es freut mich, dass der Kanal bisher so gut gewachsen ist, auch wenn gerade die Dynamik wieder ein bisschen rausgegangen ist, aber das schwankt auch immer sehr. Es ist auch hier eben so wie bei der Aktienanlage, kurzfristig schwankt das Ganze womöglich sehr, aber langfristig geht es im Idealfall nur nach oben. Ich hoffe, dass das bei diesem Kanal hier zumindest so ist. An der Börse ist es so, da bin ich mir sicher. Also Leute, bleibt investiert, unterstützt mich weiter, lasst uns gemeinsam wachsen und vielen Dank.